Pack dir was ein, bevor du gehst. So lange es kein Krokodil ist? Hä? Ist das... Ich finde es! Der wird zu fassen! Was? Was ist das? Das war's für heute. Ah! Good luck! Stop! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Als erstes, bevor wir anfolgen, möchte ich bei dir nörgtes Repertoire anfliegen. Das ist eine kleine Zeit. Beginnen wir gleich mit dem Essen. Eine Runde an den Händen tauschen. Erfolgen uns, begabtest du, man bin ich. Mie! 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 Der Alarm muss weg. Mie! 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 Wir liegen lauter Leichen. Keine Gefangenen. Gehen Sie raus, was genau das war. Gehen Sie raus, was genau das war. Ich habe unser Popsternchen gefunden, Lola. Ich erledige ihn und nehme den Schlüssel mit. Mach das! Was ist das? Ha! Du singst nicht mehr, du Arschloch. Das war's. Du singst nicht mehr, du singst nicht mehr, du singst nicht mehr. Das war's. 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 Lola, ich hab die Waffe. Kannst du mich abholen? Logisch, aber erst muss ich diese ledrige Schönheit zu ihrem Käufer bringen. Okay? Der Komodo-Waran, mein Deal. Du hörst mir nie zu, Dani. Du hast einen verdammten Waran bei dir im Taxi? Keine Sorge, sie ist auf 200 Milligramm Traduzon und schnurrt wie ein Kätzchen. Bis später. Was? 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 Da draußen lauert noch jemand Wasser, da drüben! 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 Der Mieter! 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 Oh, hol dich! Hol sie dir! Was ist das? Wasser, da drüben. Wasser, da drüben. Ich sollte das lieber mal im Wasser abkühlen. Wasser, da drüben. 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 Sehr gut. Wasser, da drüben. 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 Gut, dass du Julio Bibas Tour beendet hast, Danny. Meine kaltblütige Leibwache ist echt beeindruckend. Er fällt mir nicht, wie sie mich anschaut. Oh, das heißt nur, dass sie dich liebt. Garnio, nicht, dass Guapo eifersüchtig wird. Untertitelung des ZDF, 2020